Wende im Streit um Rudi Assauers Testament Der frühere Schalke-Manager Rudi Assauer ist schon seit einigen Jahren tot. Dennoch bleibt sein Erbe ungeklärt. Ex-Freundin Simone Tomala legte jetzt ein neues Testament vor. Im Streit ums Erbe des 2019 verstorbenen langjährigen Schalke-Managers Rudi Assauer ist nun auch seine Ex-Freundin Simone Tomala aktiv geworden. Über ihre Steuerberaterin ließ die Schauspielerin dem Gericht das Fax eines Handgeschriebenen Testaments aus dem Jahr 2005 zukommen, das Tomala als Alleinerbin vorsieht. Das bestätigten ein Sprecher des Amtsgerichts Recklinghausen und eine Sprecherin der nun zuständigen höheren Instanz, des Oberlandesgerichtsham. Zuvor hatte die Zeit darüber berichtet. Nach meinem Ableben soll Frau Simone Tomala meine Alleinerbin sein. In dem Testament heißt es wörtlich, nach meinem Ableben soll Frau Simone Tomala meine Alleinerbin sein. Meine derzeitige Ehefrau und meine Kinder sollen nicht erben. Tomalas Management teilte mit, die beiden hätten in der Zeit ihrer Partnerschaft zu gleichen Teilen in ein vermietetes. Und immer noch hochbelastetes Objekt investiert, das nun umfangreich saniert werden muss. Da die Erben von Rudi Assauer finanziell nicht in der Lage sind, den nötigen Teil beizutragen, wäre unsere Klientin bereit, dies zu übernehmen, allerdings nur, wenn ihr der Anteil und damit auch die Verbindlichkeiten Herrn Assauers bezüglich dieser Immobilie überschrieben wird. Allein um eine rechtliche Grundlage zu schaffen, wurde das Testament zur Prüfung an das Nachlassgericht übermittelt. Anderes Testament von Assauer wurde 2022 für ungültig erklärt. In dem Erbscheinverfahren streiten eigentlich die zwei Töchter Assauers. Nach derzeitigem Stand greift die gesetzliche Erbfolge, nach der beiden je die Hälfte zusteht. Eine OLG-Sprecherin bestätigte den Eingang des Fax, ein Antrag von Tomala sei aber nicht eingegangen. Nach Aktenlage werden somit bisher keine Ansprüche geltend gemacht. Hinzu kommt, dass dem Gericht das Original-Testament nicht vorliegt. Das Fax wurde laut der Sprecherin von einer Nummer des Vorstands von Schalke 04 verschickt. Assauer war zu dem Zeitpunkt Manager des Klubs. Er starb 2019 im Alter von 74 Jahren. Das Amtsgericht Recklinghausen hatte im vergangenen Oktober ein anderes, 2012 von Assauer unterzeichnetes Testament für ungültig erklärt. Dieses hatte die ältere Tochter als Alleinerbin vorgesehen. Sie legte Beschwerde ein, jetzt ist das OLG Hamm zuständig.